Ja, das ist so selten, einfach, der hält mich besser auf, Firegiant, Firegiant, allergrenzt zu Firegiant, ich wäre def, das wäre ja gerade schon, vier Leute am Leben, keiner bei Phoenix, Phoenix geht down. Ah, das ist doch... Ich alleine auf der linken Linen gegen vier, ich bin zu viel gegen einen auf der rechten Linen, statt dass einer rüberkommt, auch nicht. Das ist halt so. Na hier, dann tue ich gerade mal den Typ hier, mal hinzufügen. Da, Duffy. So, so eingeladen ist er, falls er jetzt kommt, ich weiß es nicht. Mäh, so ein Schmutz. Nee, alles nicht, das Spiel ist nur abgeschissen, deswegen, es ist hier sehr mysteriös, was da heute los ist. Mann, oh Mann. Ich den auch mal einladen. Kann ich gar nicht einladen, du bist der Gruppenführer. Jo, servus. Servus. Join jetzt einfach über die Party, ist einfach, ne? Naja, ich kann dich nicht einladen, ich bin nicht der Führer. Einer Kollege kommt auch noch, ne? Mhm. Kannst du den ja in die Party einladen. Ja, das ist ja schon drin. Alles klar. Servus. Ich hab's ne öffentliche Party, jetzt müsstet ihr über die Party einsteigen. Hast du neu gemacht, oder was? Ja, ich hab's jetzt auch öffentlich gestellt, damit ihr halt über die Party joinen könnt. Ah, okay. Geht beim Privat ja nicht. Oh, bin auch drin. Sauber. Wunderbar. Ist das schon Arena, oder was? Arena, wenn's geht. Erkenntnis des Tages, er ist nicht der Führer. Level 22, was bist'n du für eine Sucht hier? Das hat zwei Wochen, oder drei Wochen nicht gespielt, ja? Gesperrte Götter können... Das ist ja auch ein Top-XP-Wochenende zweimal. Ja, wenn du auch nur noch, äh, Division zockst, so. Jetzt wär ich schon Level 30, oder was auch immer. Ja, mindestens. Ja, ich hab auch Urlaub, noch geht das. Ich hab Ferien, Mann. Können jetzt hier durchzocken, Junge. Ey, sind mal in der letzten, sind mal in der letzten Ferien, die musst du jetzt genießen. Ja, bei mir ist es auch schon, äh, lange her. Ich hab mich nur noch mal entschlossen, noch mal zur Schule zu gehen. Aber einen, was, Nachteil muss es ja auch haben, weil, ja, dafür hab ich kein Geld mehr wie früher. Da hatte ich zwar immer schön Urlaub, aber dafür, Geld. So, jetzt wird doch bestimmt hier ordentlich abrasiert. Spiel mal den Haustrachen. Spiel mal den Haustrachen. Das hat da vorne in der Arena gut geklappt gehabt, so. Der geht überall gut. Ja, das stimmt. Diesmal ist er wenigstens auch nicht im Gegner-Team drin, also. Viel schlimmer ist, wenn du ein eigener Team hast, du hast. Äh, Loki noch nicht spielen können. Meistens. Aber so ein Loki, wenn er jetzt nicht gerade auf Magic-Resist geht, also. Ja, aber wenn der falsch, ja. Wenn der ein bisschen, also wenn ich ein bisschen Magic hab, ohne Scheiß, also ein Viereck, ein Autohit, der steht, schau ich meistens noch. Er kommt doch mal auf den Spieler auch drauf an, wenn der halt schlecht skillt, so, dann. Hey. Hab ich denn jetzt automatisch schon die Schuhe drin? Ach. Das Auto-Kauf angegangen. Das ist so zwischendurch, ne? Ah. Ja, total lästig. Das ist wirklich lästig. Gut, die hätte ich sowieso gekauft, aber egal. Ja, ja, du weißt, ich brauche ja zum Beispiel mal ganz anders wie im Fohlen, weißt du, dass es voll behindert, wenn das dann auf einmal an ist, so, ähm, weiß ich gar nicht, was ich machen soll, dann verkack ich das Spiel auch. Ich bin voll so, ey, keine Ahnung, ich will das nicht, ich brauche das nicht, und dann kauft er das erstmal, bis das aus ist und so. Alle rechts. Ja. Ich kenne das erstmal aufs Maul. Oh, fuck, 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 fuck. Vorsicht, Vorsicht. Aufpassen. Oh, fuck, sind alle hinten hier bei uns. Ja, in der Mitte sind auch Viere. First Blood, sehr gut. Ah, das ist heute auch noch, ey. Ich kann nicht mehr, wenn ich mal getrunken. Was ist denn der Typ, ey? Ähm, los, abgehen. Wenn die ne Male weg von mir. Ich komme. Jawohl, drauf, sauber. Sauber. Jawohl. Der Ulti ist auch so mies von dem, einfach nur. Kannst du, die ganze Chars. Ja, na, ich dachte, die haben das mal ein bisschen angepasst, wo ich auch mal was gelesen hab von, dass die doch irgendwie ein paar Chars angepasst haben. Oh nein. Soll ich mal rankommen hier? Ich will den mal stunnen. Egal, der ist tot. Er ist tot. Ja, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Oh, Hilfe, länge Seite. Oh, Hilfe. Oh. Scheiße. Ich versuche es. Knapp, knapp. Jetzt war ich schon viel zu weit vorne wieder gewesen. Oh, wie laut die Beine sind. Oh Mann, ist nicht verlobend. Gut, ist die alle hingelaufen. Kann man eigentlich eigentlich deine passiven Dinge auch wieder verkaufen? Nein. Oh, sinnlos. Scheiß Auto kauf, Mann. Ja, aber gut. Das ist der Nachteil, aber ansonsten kannst du dir das Spiel immer so krass anpassen zum Endgame. Ja, gut, das stimmt, das stimmt. Das wäre echt, das wäre richtig krass. Das stimmt wiederum. Das ist wieder so ein Trommler-Typ. Ja, ja, aber diesmal dieser kleine Acker. Troff, troff, jawoll. Läuft doch. Komm, ich. Scheiße. Ich muss mal hier die Welt klären, die rennt uns durch. Ja, deswegen. Ich bin schon dabei. Ja, siehst du, der Rahr hat es nicht so drauf wie du. Der trifft nicht. Ja, 33 ist auch ein bisschen einfacher. Ja, komm. Der hat schon ganz schön eingesteckt vorhin, der Freund. Juhu, der Typ. Wenn du das keine Zerstörung war, dann wollen wir auch noch. Nee, das war wirklich. Wie viele Kills? 53 Kills insgesamt. Das war schon ganz schön übel. Jawoll. Ja, den Bachos muss ich mir unbedingt kaufen, ey. Das ist richtig nice. Oh, da komm ich nicht mehr hin. Da komm ich nicht mehr hin. Das ist eh ein Vogel, ne? Das ist eh ein Vogel, ne? Das ist eh ein Vogel, ne? Piepmatz. Der Ollerar. Das ist eh ein Vogel, ne? Ja, die Türme sind ein bisschen fies. Oh, 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 oh. Sehr schön gemacht. Und, und, und. Kriegst du die noch? Ja, sauber. Klar. Da krieg ich auch noch zwei andere. Nein, daneben geschossen. Nein, war ja nicht. Passiert. Kannst nicht jeden kriegen. Doch. Läuft, ja. Warte. Nein, das ist schwer, ne? Ja, die kriegen ja schon die Fresse voll. Das Ende ist halt, das ist halt an diesem einen Bug, das ist so geil, Alter. Wenn er vier getrifft und ein Auto hat, das ist so halbwertig. Aber du musst halt treffen, ne? Du musst halt treffen, ja. Du musst halt treffen, du musst du halt treffen, du musst du es geschafft. Das ist ja blöde, bei einem guten Lass das Gerot im Brunnen ohne einredigt, der ist mir doch egal. Ist mir doch egal. Hauptsache, es blockiert das einfach voll. Ja. Er kommt, der nächste Weg, sauber. Da die anderen beiden holen wir auch. Ja, zack. Nice. Ah, schade, ich hatte nix mehr. Kam ich nicht mehr ran. Oh, Hilfe. Oh, ich hänge. Ah, der Ulti, der Ulti. Hier ist der Steak. Wieso scheiße Bongo? Ja, ist einmal gestorben, mein Gott. Oh, jetzt haben sie mich auch. Haben sie mich zu dritt eingekesselt hier. Konntest du nix mehr machen. Oh, wo ist der Bongo-Bongo? Top, Bongo-Bongo. Hat es wieder der Bongo-Type drin, oder was? Nee, anderer Bongo. Schon sagen. Ich wollte schon sagen. Der war richtig nervig gerade. Krass, Mann, das ist besser. Das ist auch so geil. Hades sein Ult und die Tornados, Alter. Triple Kick. Ja. Das ist so ne geile Kombi ohne Scheiß. Ey, ohne Scheiß. Am besten noch mein Ulti dadurch. Ich weiß nicht, die sterben alle. Das ist der Balli. Nie, wenn das. Nie. Nie. Ja, gut. Ja, du bist ja auch nicht verwundbar, ne? Du bist ja dazu da, um dich zu sporten. Ja, aber das ist echt so geil, Alter. Hades sein Ulti ist, aber mein Tornado ist genau so groß. Mein Ulti durch alles stimmt, was er in dem Bereich ist. Ist garantiert. Ich habe auch nie einen Tank gesehen, der das überlebt hat. Ja, mit Zeus ist auch nice auf jeden. Oh, was war das? Bongo-Mongo. Oh, ey, schon nervig. Den kriegt man noch, den kriegt man noch. Ah, nein, nein. Ja, wir führen da schon mit knapp